So, Hallelu und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play von Dishonored 2. Ich habe den ersten Teil auch schon gespielt, vor einer ganz langen Zeit. Oh Gott, war ich furchtbar. Ich glaube, ich hatte auch das schlechteste Ending, deswegen bin ich mal gespannt, wie ich mich jetzt beim zweiten Teil anstellen werde. Wir spielen selbstverständlich auf leicht und ja, das Spiel ist in Englisch. Ich finde es halt in Englisch halt oft besser als in Deutsch, weil die Synchro relativ oft uns miserabel ist. Deswegen spielen wir es auf Englisch, falls sich irgendwer fragt. Aber wir gucken einfach mal. Ich bin ja, wo ich geboren habe, und schlug meine Mutter in den Kopf. In dem Nachmittag, die Menschen, die den Verlangen haben, versucht mich zu nutzen, als ein Paar in einem Spiel des Macht. Sie würden sie zufrieden, aber mein Vater, Corvo Atano, sie schlug sie und schlug ihre Konzepte zu spüren. All diese Jahre später, bin ich der Ruler, die meine Mutter wollte ich sein. Eine gute Frage, definitiv. Und die Synchro ist deutlich besser als die Deutsche. All hail her Imperial Majesty, Emily Caldwin. Loyal subjects, wir gehen durch eine schwierige Zeit, aber heute, wir honoren meine Mutter, die late Jessamine Caldwin. May her memories survive through the ages. Emily. Sie sehen uns schlug, Vater. Every Jahr, ich denke, dass die Anniversary der Jessamine der Todesfälle leichter wird, aber es ist niemals. Ich wünsche mir, dass meine Mutter immer die Empress. Ich glaube, dass ich nicht so gut bin. Sie sind immer noch nicht so gut. Sie sind immer noch nicht so gut. Sie sind immer noch nicht so, dass die Ravel-Rauser-Rauser-Rauser-Rauser-Rauser-Rauser-Rauser-Rauser-Rauser-Rauser-Rauser-Rauser-Rauser-Rauser-Rauser-Rauser. Sie sehen uns, wenn Sie die Verlusten zu tun haben. Sie sehen uns, dass ich nicht so gut bin. Ich wünsche mir, dass ich nur diese Verlust aus dem Alltag nicht rausgehen kann. Sie denken, dass ich nicht so, dass ich die Königstigen, die auf den Rufstops auf dem Rufstögen? Wunderschön. Die Zerrimmung wird bald wiederkommen. Die Verluster-Rauser-Rauser-Rauser. Ich muss schon durch die Verlusten, die Before we begin the day's observances, we have an unexpected visitor, the Duke of Sirkonos. Ramsey says the Duke is bringing special gifts. That's intriguing. Miss Grace, Luca Abel, Duke of Sirkonos! Mechanical soldiers? Amazing. What is this, Ramsey? I didn't authorize those things. Your Imperial Majesty and Royal Protector Corvo Atano, a native of our homeland. Sirkonos offers condolences on this sorrowful day, and gifts to remind you of our nation, the rising star on the southern horizon. We thank you, Your Grace. Save your thanks. For now I give you the greatest gift of all, family. I present the lost sister of Jessamine Caldwin, your rightful Empress, Delilah Caldwin. Impossible. My mother had a sister? My dearest niece. Hello. It's not true. My father was Emperor Yuhorn Jacob Caldwin, and Jessamine was my younger sister. At the time of her death, I wasn't ready to make myself known to you, and I was forced to leave Dunwall. But now I'm home. If you really are my mother's sister, you're welcome to stay as long as you like. Little Sparrow, blackened by bad memories. I'm here to relieve you of your crown. My father's promise, whispered in secret so many years ago, is now fulfilled. Shut your tongue. Emily Caldwin is the daughter of Empress Jessamine Caldwin. Royal protector. How naive to think you could get away with these murders. Living in my palace has protected you, but that's over. Hear me, all of you. Your rightful Empress has returned. All hail the Empress Delilah. First of her name. Arrest Emily Caldwin and her father for the crown killer murder. What? Father! The sword can't steal my heart. Ah, what? Oh, oh. Ich kann mir aussuchen als wenig spiele! Legendary Royal Protector to the Empress and figure of infamy from the time of the red light. Rule of Empire of the Isles, Trained and Stealth and Combed by her father. Spielfrau, hallo, natürlich, los geht. Doch, ja, ja, bitte, jetzt. Then, you'll be kept out of trouble. I'll lock Lady Emily in her chambers, and then I'll bring her to Coltrich Prison and kill her trial. What? My father lost it all when I was a boy, so now I wear this uniform, and I send 20-year-olds out to patrol the Rose Gardens, instead of drinking with the men from the shooting club. Captain Ramsey, I heard shouting. Lady Emily! What happened? It'll be all kept in Mayhew. No! That's the Royal Protector's fancy weapon. What kind of sword folds in half? There's a legend in the Tower Guard about the Empress's last resort, a safe room inside your chambers holding enough gold to buy a good-sized island. They say that this ring is one of the only two keys to exist. What? Emily. What happened? Alexi. The throne room. Father! Okay. Nothing I can do alone. I need to get out of here. Aber erst mal will ich gucken, was hier noch so in dem Raum drin ist. Man ist ja doch ein bisschen... ...neugierig. Okay. Okay. Also hier sind ganz viele Briefe von irgendwelchen Untertanen oder irgendwelchen Verbündeten, nehme ich an. Und die haben sich das teilweise wohl angeschaut, diese Morde, die da geschehen sind. Was sind wir hier? Okay. Okay. Joa, wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich hier rauskomme, ohne mir alle Knochen zu brechen. Warte mal, ich will erstmal gucken, okay, man kann also einfach so jederzeit speichern quasi. Finde ich super, weil ich kann ja öfter mal vorkommen, dass man Scheiße baut. Ich komme hier aber auch echt nicht raus, oder? Oh. Also doof. Ich komme gleich. Ich komme gleich, Sekunde. Ein paar Sachen hier mitnehmen, wenn ich schon mal was finde hier. Oh, Susha. Audience request, Captain, you don't know me, but you've got to tell him that I have urgent need of his time. I'm carrying a message that has to be delivered face-to-face. Tell him I'm working with Anton Sukolov, an old friend. All the boats are being sent away from the docks, but I'll delay as long as I can, till Lord Kovu to find me there. My ship is called the Dreadful Whale. Okay. Nom 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 nom. Nom nom nom. Okay. Okay. Safe room is there, Lang. It's where I'm under my star, Lang. Safe room is here, Lang. This won't open without my ring. Ramsey has it. Okay. Okay. Den tue ich jetzt erst mal richtig schön hier rein. Es ist etwas kräftig. Okay, ich gehe für ein Whisky. Die haben aber echt alle möglichen Leute hier getötet, ne? Die haben aber auch immer mit einem Verlangenen. Die letzte Geschichte ist noch nicht mehr als Ichabod Boyle, Notable Interpreter und Supporter von den Arts. Boyle recently wrote an opinion piece, harshly criticizing the Empress for what he calls her slipshod style of governance and her willful neglect of duties. Autorities are convinced that Crownkiller is the culprit, given the gruesome detail left at the crime scene, as Her Majesty's most outspoken adversaries fall one by one to notorious assistance. We boldly ask, is it now the duty of the Royal Protector to murder all who dare to criticize the throne? Ich mein, man kann die ja auch alle, ähm, K.O. hauen. Die Sache ist die, ähm, wenn's in dem Spiel hier auch wieder mehrere Endings gibt, ähm, kommt das halt drauf an, wie du spielst. Wenn du die Leute alle umbringst, kriegst du kein gutes Ende. Zumindest war's bei mir so im ersten Teil. Von daher, ich versuch mal relativ die Leute nicht umzubringen, es kann aber wirklich sein, dass es, ähm, schwierig wird. Ja. Om nom 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 nom. Ja. 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 Hmm. Man kann ihn natürlich nachträglich immer noch töten. Aber... So, jetzt kann uns zumindest keiner mehr stören. Das ist schon ganz entspannend. Existent of foreign realm. Ach so, ja. Im ersten Tag gab es auch dieses foreign realm. Deswegen kann Corvo sich ja auch so hin und her teleportieren. Und diese Schwester da, die jetzt hier quasi den Thron an sich gerissen hat, die hatte ja auch irgendwelche Fähigkeiten, ja. Also, ähm... Ich denke mal, das wird dann auch noch rauskommen. Okay, Pistol Bullets heißt, wir kriegen irgendwie noch eine Knoche. Äh, yes. Ihr kennt mich, ab und zu sollte man vielleicht doch mal gucken, wie man etwas... Äh, oh, yes, yes, yes. Äh, das wird automatisch dann quasi genommen. Aber dadurch, dass ich die ganze Zeit jetzt das Futter da gefressen hab, ähm, ist das eigentlich kein Ding. Also, ähm, ich lese nicht absolut alles vor. Wie gesagt, ihr könnt ihr das Video gerne pausieren und dann schaut euch einfach an, was da steht. Ähm... Dann will citizens express shock and fear as yet another outspoken critic of Empress Emily Corwin has met with the violent demise. Delight's victim. Das hat man schon gelesen, denke ich, oder? Das hat man schon gelesen. Das ist cool. Nee, nee, hier gibt's bestimmt noch mehr Zeug. No, no, no. Zum Beispiel das. Ja, komm. Also, wenn wir mal bedenken, ja? Also, sie war zwölf und er war neunzehn. Heißt, sie ist schon deutlich älter. Also, er ist deutlich älter als sie. Okay. Wenn Jessamyn was 18 und co 25. A love affair. Mmh. Okay. Ja, und sie ist ja dann quasi daraus entstanden. Woohoo! Ich steht hier. Emily, I didn't want to wake you this morning, but you will forgive me since we must have said goodbye a hundred times yesterday night. And the only chance I get to see you with your hair all whichever way is while you're asleep. As soon as the sun rises, you put on your emperor's face. It makes me happy that I know your real face. The one that lost at our silly rhymes. I don't want to go back to Morley, but I'm needed there. It'll be four months before we see each other again. I miss you. And yes, I'll bring you some white leaf tobacco for your... Was? Hookah? Not Coro. If you're reading this letter as per your royal protection functions, note that I am joking and perfectly aware that the white leaf tobacco is forbidden in Christo. Take care, my darling Emily. Don't go falling from a rooftop. I love you. Wyman. Okay, also Emily hat offenbar... ...ein Liebhaber, ein Freund. Weiß ich nicht. Sowas in der Art. Back to Morley. Okay. Nom 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 nom. Okay, man kann offenbar Uhren stellen, dass die klingen, damit die Gegner da wahrscheinlich hingehen. Back to Morley. Okay, also wir sind in Crystal. Und er geht zurück nach Morley. Okay. Interessant, interessant. Was gibt's hier noch? Hier ist ein Safe. Machen wir gleich wieder zu. Genau. Oh, das kann ich mitnehmen. Okay. So, ich glaub wir haben hier soweit alles, dann gehen wir einfach nach draußen. Ramsey deserves my attention. Warte, Ramsey? Was wissen Sie von Ramsey jetzt noch? Ich dachte den haben wir jetzt, äh, verschont. Und er lebt ja schon wieder. Warte mal, was steht denn hier? Place Morley and Ramsey in the safe room. Oh baby, yes I will. Warte. Wir machen den jetzt K.O. Und dann... Der müsste inzwischen wieder was sein, ne? Oh nee, der wird noch pennen. Denk ich. So, komm mit, Freundchen. Na klar, sonst kann er ja petzen gehen, ne? Da hat's jetzt schon recht. Oh. Ja! Ja, der kommt ja hier nicht raus unter den Ringen. Das ist gemein eigentlich. Aber ich hab ja auch den Teil mit den Früchten schon gegessen. Also der hat eigentlich nix da. Oh well. Press any key. Okay. Rechts. Rechte muss das da wahrscheinlich schießen. I've got to get out of Dunwall. Okay. What do I have to do to help my father? What do I have to become? Sie steht ja schon, oder? Oh. Also ich hätte den jetzt nicht stöten müssen, aber oh well. Das ist halt, weil linke Maus, das ist halt praktischer als äh äh, Störungen. The city is crawling with the Duke's men. I need to find a ship. I have bad news. Ramsey's missing. Corporal Moore checked the royal quarters and Emily Caldwin has apparently fled the tower. We've got to find her. That's it. We've got your orders. Spread out and find the future. What I want I want you in place just after the Duke and our new empress makes their appearance. Things will happen fast. Do your part and there's a share of the spoils for you and the others. Turn on me now and I ask a Duke to send his assassin after you dear old parents. Trust me the so-called crown curler is the last dinner guest you want in your home. Mortimer Ramsey. We're in this with the Duke of Circonos sink or swim. There's no way to turn back now. Come with you, Wood. You come to my chamber now. Man, man kann ja auch immer um die Leute rum machen. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht so viele Leute töte, verdammt. Das könnte nämlich echt kontraproduktiv sein. nicht so viele Leute aufpassen, Dunwall citizens. Attention Dunwall citizens. Today, Delilah Baldwin ist unsere neue Empress. All hail Delilah. First of her name. Further, die former Empress, Emily Baldwin, ist now wanted für treason. Any of you found harboring Emily Baldwin will be fined and arrested. People of Dunwall, stay in your home. You're advised to stay informed during this time of unrest. Would you like to go away please? I'm getting down. Ah yeah. who is that sadistic crowd. And jump the road. Ah, damn it. Ah, 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 Hallo? You look like you can take care of yourself. Watch yourself! Careful! I'm so fucking tired. I mean, when's this gonna stop? This is just ridiculous. It's crazy. I mean, who does this? Someone! Huh? What's going on here? George! Someone! We've gotta get away. I should talk to the captain of that ship. What's going on here? Hey, who is this? Look! It'll be that sadistic crown killer! Kill you for that! Come on! Let's finish this! Die war selber schuld. Ganz ohne Spaß. Aber ja. Da erzähl ich noch vor 5 Minuten. Ja, ich versuch nicht so viele Leute umzubringen. Und bam! Sind die Leute tot. Hallo? First the shortage of whale oil. Then the burgers. Now what's ever going on tonight? Huh? I'll search with you. That's only cold wind! I'll get it! Take this! You think you're clever, huh? Okay. So sneaky not. Hmm? Ouch. Go sleep with the fishes. Und jetzt hoffe ich, dass ich irgendwie von hier aus noch rüberkomme. Das sieht schon mal gar nicht so superkacke aus. Ich weiß, Anton, aber Korvo ist weg. Der König von Serkonos ist hier mit einer Frau named Delilah. Sie massacreden alle in der Runde. Dann hat sie etwas, was ich nicht erklären kann. Es gab nichts zu tun, aber zu gehen. Manchmal ist das alles, was du kannst. Das ist meine船, der Dreadful Whale. Wir können rausgehen, wenn du bereit bist. Ich muss nach Karnaca gehen, wo die Kräunkiller-Murder angefangen hat. Delilah muss da schon mal gewesen sein, und ich muss herausfinden, was passiert ist. Du bist Korvos' daughter. Ich gebe dir das. Können wir gehen? Ja, bitte. Ja, ich bin bereit. Oh, was ist das? Okay, was? Das ist wieder so typisch. Ein bisschen Geld haben wir. Er hätte offenbar noch mehr Geld mitnehmen können. Fine. Gold Tower haben wir gemacht. Also, das Lustige bei Dishonored ist halt, dass du wirklich jede Mission immer nochmal neu spielen kannst, wenn du mit dem nicht zufrieden bist, was du gemacht hast. Es wäre eigentlich schon gut, wenn ich das Chaos-Level runterkriegen würde, ja. Weil ich bin aktuell halt wirklich lethal, ne? Einfach nur rein, alle töten, raus. Oh mein Gott, was soll's. Was soll's. Das ist bei mir so. Ich bin einfach kein Stealth-Mensch, ja. So gar kein Stealth-Mensch. Ich bin einfach. Vielen Dank.